Mein Name ist Thomas Scheible. Ich bin im Bereich Industrie zuständig für den Vertrieb in Deutschland und Benelux. Ich bin seit 1990 in der Oberflächenbranche tätig, in verschiedenen Positionen im Anlagenbau-Service und bin seit 2020 jetzt bei Wagner. Die größte Erfahrung habe ich im Anlagenbau, im Bereich Pulverbeschichtung, Nasslackbeschichtung, also komplette Lackierenlager. Was zeichnet Wagner aus? Aus meiner Sicht, wir können das komplette Produktportfolio darbieten im Bereich Pulverbeschichtung und auch Nasslackbeschichtung für kleine Anlagen, für Standardprodukte, für Großanlagen. Wir haben einfach alles maßgeschneidert auf den Kunden oder Standards, die dann Integratoren und andere Händler verwenden können, um eine Anlage zu installieren. Wir haben eine Kundenanfrage bekommen und haben dann Versuche bei uns im Technikum gemacht. Die Versuche waren sehr gut. Der Kunde war dann auch überzeugt von dem Ergebnis und von der guten Beratung. Und somit hat er sich dann final für uns entschieden und hat den Auftrag platziert. Ja, Sie können mich jede Zeit per E-Mail unter meiner E-Mail-Adresse thomas.jp.at-wagner-group.com kontaktieren. Mein Team und ich kommen gerne auf Sie zu, um Ihnen eine maßgeschneiderte Lösung oder auch ein Standardprodukt anzubieten.